Es geht weiter im Reich der Pflanzen. Jawohl, wir haben gestern etwas vergessen, vielleicht sogar zwei Sachen, aber an eine kann ich mich gerade erinnern. Und zwar, ganz genau, der Philodendron Luxurien Schoko. Da wollten wir ja mal checken, was Sache ist. Und das haben wir irgendwie verpeilt, genau. Ach ja, genau, der andere Philodendron auch, der Ring of Fire, den topfen wir gleich um. Aber hier ermittle ich erstmal just die Werte, damit wir ja auch da langsam weiterkommen. Halloween ist vorbei, ja genau, aber ich finde es gerade so cool. Das ist so genial, wenn man jetzt so umguckt, diese ganzen Schattenwährung überall sieht, richtig klasse. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Und dann, ja, hau mal auf, wir hatten noch was. Genau, das kam in einem Kommentar. Wie sieht das mit der Ananas aus? Das würde mich jetzt ehrlicherweise auch interessieren. Die steht ja da rum bei dem Philodendron und Börl Marx. Die hängen ja ineinander. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme, weil auseinanderziehen kann ich sie nicht, weil dann fällt alles um. Und dann ist das Bild in dem Sinne kaputt und das möchte ich ja nicht. Das lassen wir schön so, wie es ist. Aber wollen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, am liebsten würde ich jetzt hier sitzen bleiben und ein Buch nehmen, lesen und euch eine Geschichte erzählen. Das wäre doch mal was, ne? Sagen wir es mal auf. Wir fangen an hier im Pflanzenreich. Ich bin zwischendurch oben bei den Garnelen, weil ich habe Garnelen zugeschickt bekommen, beziehungsweise habe ich bestellt. Und per Express. Und die waren von Montag bis heute, heute ist Donnerstag unterwegs, per Express, wohlgemerkt, ne? Von München nach hier. Ja, okay. Temperatur ist bei den Garnelen im Wasser 12 Grad. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Aber, na, wollen wir mal gucken. Eigentlich sollten die das abkönnen. Und nebenbei kommen wir mal eben zur nächsten Pflanze von dem Pascal, beziehungsweise zwei sind hier drin. Mal auf. Ähm, ich mache das mal auf. Vorsicht dich. Das ist immer so eine Sache mit den Auspacken, ne? Sache, Tier, du wirst. So, mal gucken, ob das schon ausreicht. Das ist nämlich auch eine ganz hübsche. Die sind auch klein. Ich denke mal, dass das steckig sein werden. Dann hätte ich mir vielleicht noch mal eine Schere holen sollen. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Pass mal auf. Das kriegen wir schon hin. Ja, genau. Etwas Geduld. Wo wir jede Menge von haben, ne? Jetzt wird man gerade heiß. Alter Schwede, ich sage es dir doch. Ja, ist immer wieder interessant. Ganz vorsichtig. Wollen wir auch nichts kaputt machen hier, ne? Wollen wir auch nichts kaputt machen. Das sollte jetzt ausreichen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall auch wässern. Das Moos ist schon relativ trocken. Ich lasse das einfach mal hier hinfallen. Dann kann ich ja gleich zusammenklausen. So, pass mal auf. Ja, das ist schon recht trocken. Genau. So, das ist ein Stecki. Das ist ein Scidapsus tricolor Spezies Borneo. Auf der kommt gleich erstmal irgendwo reingelegt zum Bewurzeln. Und hier haben wir eine Monstera Eskeletto. So, mal gucken, dass wir hier nichts abreißen. Vorsichtig. Ja, das sieht okay aus. Wurzeln sieht gut aus. Kann man sehen, ne? Hier, weiße Spitze. Ja, zwei kleine Babys. So, die werde ich jetzt aber auch handschnell versorgen, würde ich sagen. Die kommen dann mit in die Wunderbox von gestern, wo wir schon die Alokasia-Baby-Knorren reingesteckt haben. Ich versuche es nochmal näher zu zeigen. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir, ne? So einigermaßen. Also die Wurzel sieht sehr gut aus. So, dann legen wir die jetzt einfach hier rein. Ich werde das gleich ein bisschen, ein kleines bisschen bedecken. Kleines bisschen. Und hier haben wir jetzt den anderen Stecki. Da sieht man auch schon meine Knospe, die herauskommt. Den legen wir auch mal hier mit rein. Ich denke mal, die werden wohl nicht ganz so lange drin bleiben. Die sind erstmal zwischendeponiert. Ich muss mal eben gucken, ob ich irgendwas habe zum Abdecken. Ja, klar, logisch. Klar doch. Wir haben doch das Faknumos, genau. Dann legen wir da einfach mal ein kleines bisschen hier drüber erstmal. So. Und bei dem Stecki auch hier. Und dann machen wir das dann doch mal ein kleines bisschen feucht. So. Und dann machen wir den Deckel wieder zu. Und mal gucken, wann wir die beiden Babys dann da wieder rausholen. So, Zettel beilegen, dass wir nicht vergessen, was da drin ist. So ist das im Reich der Pflanzen. So langsam kommen wir vorwärts, Pascal. Eins nach dem anderen. Also, per Wett 7,1. Das ist schon mal gut. Wir kommen also langsam runter. Mikro Siemens-Wert haben wir hier bei 200. Und ein paar zerquetschte. Ja, knapp 300. Das ist soweit okay schon mal. Noch nicht optimal, aber immerhin schon besser als vorher. Also werden wir die Geschichte heute nochmal fluten. Es kann weitergehen. Das Wasser habe ich jetzt schon mal rausgegossen hier bei dem Philodendron Luxurien Schoko. Und der hat so herrliche Blätter. Das sieht richtig krass cool aus. Richtig klasse. So. Wir werden ihn wieder versorgen. Wo habe ich jetzt die Spritze? Ach, liegt der schon. So, wir nehmen einen Milliliter von dem HPE-Dünger, dem Hausplant-Elexier-Dünger. Sowas finden wir in der Videobeschreibung bei mir. Ich hole es von Mutti's Erde, beziehungsweise bekomme es auch von Mutti's Erde. Weil ich mir da sicher bin, dass dann alles in Ordnung ist. Ganz wichtig. So, okay. Klartext. Wasser. Wir nehmen Osmosewasser, also reines Wasser. Also immer, wenn ich von reinem Wasser spreche, bei uns ist das Osmosewasser. So, ein Liter, ein Milliliter. Und damit versorgen wir ihn jetzt wieder. Und werden ihn nochmal fluten. Komplett nochmal fluten. Wir sehen, bis dato hat ihm das nichts ausgemacht. Und das ist natürlich ein cooler Vorteil, dass wir das jetzt im Laufe der Zeit auch... Ja, intensiver mitnehmen. Dass man das mit Pflanzen machen kann. Im mineralischen Substrat, wohlgemerkt. Nicht vergessen, in der Erde sollte man sowas nicht machen. So, ein Liter soll ausreichen. Steht jetzt nicht ganz voll, drei Viertel ungefähr. Und dann lassen wir uns überraschen, wie es dann beim nächsten Mal aussieht. Die Pflanze hast du wahrscheinlich gerade auch schon gesehen vom Pascal. Aber die ist noch richtig schwer, die ist noch gut versorgt. Sieht auch gut aus. Das ist ein Alokasier Regale Schild. Schild, schild, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Da gucken wir nächstes Mal nach. Wie gesagt, nicht alles auf einmal. Dann gucken wir jetzt nämlich bei der Ananas-Pflanze vorbei. Dass wir erstmal die Kandidaten abarbeiten, die wir schon haben. Denn das sind doch eine ganze Menge mittlerweile. Und wir wollen ja auch fortlaufend sehen, was wir hier machen. Dafür sind wir eben dementsprechend jetzt hier im Dschungel. Ja, okay. Die anderen Babys müssen auch bald versorgen hier. Unsere Exoten. Aber eins nach dem anderen. Bei denen geht es richtig gut. Die Ananas. Ja, die ist schon ein paar Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie alt. Vier Jahre, schätze ich mal. Hat bis dato noch nicht geblüht. Wobei sie von einem Schopf vermehrt wurde, der geblüht hatte. Ja, logischerweise. Wir hatten damals mal eine Ikea-Ananas. Die hat eine Frucht getragen. Und daraus haben wir den Schopf abgemacht. Wieder eingepflanzt. Und der hatte dann wieder geblüht. Und davon ist diese Ananas entstanden. Und die sieht ja gar nicht mehr so arttypisch aus. Wie wir das kennen eigentlich von diesem Ikea-Ananas. Das sind ja so ganz kleine Dinger. So, okay. Aber wir sehen die Werte aus. Komm. So, ich habe es jetzt nur reingegossen aus Mosewasser. Und dann aus dem Untersetzer rausgeholt. Hierbei das 6,9. Ja, ich würde sagen, ist okay. Mikro-Siemens-Wert. Warte mal, erst mal an ist er. Ja, an ist er. Einmal auf Hold drücken. So. Wir haben 200 und, ja, 220 Mikro-Siemens. Also überdüngt ist er nicht. Alles okay soweit. Es quietsche grün. Es geht ihm gut. Und wurde überwiegend mit der schwachen Variante gegossen und gedüngt. Also ein Viertel Leitungswasser. Drei Viertel Osmosewasser. Und dann 0,5 bis 1 Milliliter von dem HPE-Dunger auf 2 Liter. Wurgemerkt. Nicht vergessen. Ja, und so sieht es heute aus. Also, ja, da gibt es also nichts zu meckern. Da können wir tatsächlich auch mal die Variante nächstes Mal reingießen. Aufgedüngtes Osmosewasser. Okay. Dann gucken wir mal kurz bei den Exoten von dem lieben Frank vorbei. Sieht nach wie vor gut aus. Wurde noch nicht gedüngt. Ich mache das jedes Mal so, dass ich hier die Oberfläche einmal kräftig nass mache. Und wir könnten ja vielleicht mal das Wasser, was hier unten durchläuft, aus den Töpfen, da habe ich ja Löcher reingemacht. Und das fließt ja ins Gemeinschaftsbecken. Da könnten wir mal nachmessen, wie das da drin aussieht. Und so, dann habe ich den jetzt einmal ein bisschen umgekippt hier. Jawohl. Soweit ist alles vorbereitet. Ja, und dann ist es endlich soweit. Ja, The Ring of Fire kommt dann jetzt umgetopft. Und wir nehmen tatsächlich hier auch das mineralische Substant. Und zwar das Vulcaflor von Vulcatec. Das ist eine aufregende Sache. Ich sage dir, du Garnelen bei 12 Grad Temperatur, weil das ist schon eine Herausforderung. Ich hoffe, die packen das. Aber okay, auch da lerne ich dann dementsprechend etwas. So, pass mal auf. Wir brauchen jetzt erstmal, genau, die Pflanze. Alles andere steht da ja schon. Ja, das macht mir Kopfzerbrechen. Ups, jetzt klebt der Untersetzer da drunter fest. Sollst du es nicht glauben. Ist aber so. Nochmal kurz gesehen, wie das jetzt ausschaut im System. Coole Sache. Hier, nicht vergessen, Basalt. Hat wunderbar funktioniert. Will ich jetzt aber nicht machen. Wie gesagt, das kommt jetzt dann in das altbewährte Substrat. So, mal eben gucken, ob ich von unten drücken kann. Ja, so ein bisschen. Und dann nehme ich das Ganze und ziehe nicht, sondern versuche das vorsichtig. herauslaufen zu lassen. Ja, die Wurzeln. Genau, jetzt habe ich eins vergessen. Doch, nicht da hinten steht er. Untersetzer. Die Wurzeln sehen gut aus. Alles okay. Gut durchwurzelt. Mal gucken, ob wir den tiefer setzen. Ja, das machen wir auch. Wir lassen den so, wie er ist. Setzen ihn unten auf und setzen ihn ein kleines bisschen tiefer. Er will den Topf auch nicht mega größer. Er ist ein kleines bisschen größer. Warte mal, ich kann den mal daneben halten, dass man das nochmal sehen kann. Also er ist ein kleines bisschen größer, nicht wirklich viel größer. Aber hier haben wir jetzt noch eine dicke Wandlung. Die haben wir hier nicht. Das ist ja Kunststoff. Von daher. Weil er soll jetzt auch nicht raketenmäßig wachsen. Nicht, dass ich noch eine Monsterpflanze hier stehen habe. Die darf ruhig langsam wachsen. Der muss gar nicht so explodieren. Ist mir immer lieber. Ist mir immer lieber. Manche eine mag lieber große Pflanzen. Der andere mag sie nicht so große wie ich. Und da ist natürlich gerade, wenn man versucht, sie so lange wie möglich im kleinen Topf zu halten. Was uns ja gelingt übrigens auch bei Bäumen. Ist das natürlich eine coole Sache. Da kann man sie doch im Wachstum so ein bisschen hemmen. Ja, es geht doch einiges an Substrat rein. Also man sieht, der Topf ist doch schon einiges größer. So, okay. Versorgen werden wir ihn gleich auch. In dem Zuge, weil das Substrat jetzt frisch ist. Nicht durchgespült oder gewaschen. Kann man ja auch vorher schon mal machen, wenn man möchte. Aber ich mache es immer so. Frage mich nicht, warum. Ist so. Vielleicht bin ich auch einfach zu faul, das vorher zu machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch keine Zeit dafür. Ich weiß es nicht. Aber ich mache es so, wie ich es mache. Und du kannst es so sehen. So, jetzt brauchen wir allerdings, genau. Noch einen anderen Untersetzer. Moment. Und, oder aber. Genau, wo habe ich denn den jetzt wieder? Das kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Genau. Das kannst du jetzt nicht mehr sehen. Macht aber nichts. Dann machst du einmal die Augen zu jetzt. Einmal Augen zu und durch. So. Dann stellen wir den nämlich jetzt da drauf. Und dann, genau. Nehm ich den wieder runter. Nichts zerkratzen hier. Ja. Weiß Bescheid. Kannst genug sehen. So. Dann spüren wir das jetzt mit reinem Wasser erstmal durch. Das machen wir so grundsätzlich erstmal beim Neu-Einpflanzen. Einmal mit reinem Wasser. Spülen das Ganze. Von allen Seiten. Kräftig spülen. Bitte nicht geizig sein. Aber es ist ja schon mal eine interessante Sache gesehen zu haben, dass es also auch im Basalt funktionieren kann. Cool Sache. Ups. Das war daneben. So. Das sollte jetzt aber reichen. Und dann kommt er jetzt gleich auf den Untersetzer. Ja, das ist schon. Also das Projekt, wie gesagt, beenden wir jetzt. Er kommt jetzt ins Anführungsstrichen normale Substrat halt von Vulcatec, das Vulcaflor. Ich habe mir das andere jetzt auch nochmal bestellt. Das ist auch schon da. Das Ceostrat. Das brauchen wir ja für größere Töpfe. Aber hier in der Größenordnung reicht das noch allemal mit dem Substrat, was wir jetzt haben. So. Okay. Wir haben es nochmal durchgespült. So. Das heißt aber nicht, dass das jetzt gut ist. Genau. Jetzt brauchen wir Dünger, ne? Genau gleiche Variante. Osmosewasser. Ein Milliliter von dem HPE auf ein Liter. Im Osmosewasser, wohlgemerkt, ne? So. Okay. Weil wenn wir jetzt Osmosewasser und Leitungswasser mischen, dann nehmen wir ein Milliliter auf zwei Liter. Je nachdem. 0,5 bis ein Milliliter auf zwei Liter. Je nachdem, wie die Pflanzen halt so versorgt sind, wie es ihnen geht. So. Okay. Sind wir auch nicht geizig. Der Untersetzer kann ruhig voll sein. So. Okay. Und auch die Pflanze werden natürlich jetzt demnächst weiter beobachten, wie sie sich dann entwickeln wird. Und vor allen Dingen auch, wie die Wasserparameter sich anpassen. Okay. Und the next one. Was war jetzt? Ach so. Genau. Die Bande. Die Bande der Exoten. Da gucken wir jetzt mal nach. Dann gucken wir mal, was unser Schiffchen hier sagt. Ich stelle das hier mal ein bisschen höher, damit ich da hinten das Wasser auf der anderen Seite gleich rausnehmen kann. Ich hoffe zumindest, dass mir das so gelingt. Ja. Ist schon interessant. Das ist übrigens eine Abdeckung von so einer Neon-LED-Röhre. So. Kriegen wir hier Wasser hin? Ja, kriegen wir. Wunderbar. So. Das heißt, wir brauchen jetzt Spritze. Tasse haben wir Spritze-Licht hier. So. Dann ziehen wir das Wasser mal raus. Und pumpen das mal hier rein. Also bin ich jetzt mal gespannt drauf. Aber wie gesagt, es sind jetzt verschiedenste Substrate. Verschiedenste. Und das kann natürlich interessant sein. So. Dann einmal Geräte eintauchen. Oder erst mal das pH-Messgerät. Ja, das sieht schon mal relevant interessant aus. Wie gesagt, versorgt wurden sie, seitdem sie hier sind. Nur mit Osmose-Wasser. Einfach nur der Sicherheit wegen. Weil man weiß ja nicht, wenn man eine Pflanze bekommt, was da drin ist im Substrat. Das kann man nicht wissen. Und deswegen habe ich das jetzt so gehandhabt. Und das hat bis dato gut funktioniert. Hier im Anstau. Coole Sache. So. Okay. Lass uns überraschen, wie das dann gleich aussieht. Was sagt denn eigentlich die Monstera Albuvarigata da oben? Die hatten wir ja geköpft vor langer Zeit mal. Und das Baby ist auch mittlerweile schon bei einer neuen Besitzerin. So. Ja, die Spitze weckt so draus. Recht hell, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie gut panaschiert ist. Aber da werden wir noch warten müssen. Immerhin geht es schon mal richtig los. Hatte ich gestern eigentlich gesagt, dass das ein Albuvarigata ist? Ne, ne? Das ist nämlich die Thai-Constellation. Ne? Der Kopf. So. Also. Ähm. Wie sehen die Werte jetzt aus bei den Exoten? Hier im Mischmasch. Scheinbar ergänzen sie sich auch ganz gut. Die sehen alle gut aus, ne? Das ist jetzt auch hier gewachsen. Schon, ne? Sieht richtig gut aus. Auch hier die Papaya. Äh, Quack mit Soße. Ähm. Och. Manchmal iso bo uch du. Schon wieder zu spät eigentlich. Passionsfrucht. Genau. Maracuja. Die Maracuja. Hier die Sherry-Moya. Dann, äh. Genau. Gucken wir doch einfach mal. Wollmispel. Richtig. Die Wollmispel. Und einmal der Mahagoni-Baum. Äh. Der befindet sich allerdings noch nicht im Wachstum. Sieht aber gut aus. Und einmal das Schätzchen hier. Was war das denn? Das war auch was uns Tolles hier. Genau. Der Cola-Baum war das. Der Cola-Baum. Ja. Äh. Wurzeln. Ich gucke gerade mal. Kann ich jetzt nicht wirklich sehen. Nun ja. Äh. Wie gesagt. Wir lassen sie erst mal hier drin. Oder sollen wir es einmal sauber machen. Und vielleicht doch mal düngen. Aber gucken wir erst mal. Wir gucken erst mal wie es jetzt aussieht. So. Muss ich mal aufpassen wo ich mich hier hin hocke. Die Arbeit ist 5,4 Pi mal Daumen. Boah. Das ist schon mal gut. Ne. Wir sind auf jeden Fall nicht in einem hohen Bereich. Und äh. Mikro Siemens wird mal eben gucken. Jetzt äh. Genau. Hatte ich vorhin schon auf Holt gedrückt. Genau. So. Dann gucken wir jetzt mal wie das aussieht. Hier drücken wir auf Holt. Dann können wir das gleich besser sehen. 700 und genau. Ähm. Richtig. Immer die richtige Position finde ich so einfach. So 700 und paar zerquetschte. Ja. Das ist okay. Gibt es jetzt nicht wirklich was zu meckern. Ähm. Ich lasse es erstmal so. Und beim nächsten Mal würde ich sagen. Äh. Machen wir mal das Schiffchen sauber. Und versorgen sie dann erstmalig neu. Dementsprechend. Genau. Und dann nehme ich euch dann auch mit. Und weiter geht es. Ja. Meine Lieben. Pass mal auf. Ähm. Ich will mal eben kurz die Blätter zeigen. Hammermäßig. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Die glänzen förmlich. Die Blätter. Ah. So kann man es sehen. Guck mal. Richtig krass, ne? Ja. Die Alucasia. Wie heißt sie noch? Genau. Irgendwas mit Child. Genau. Regale Child. Oh. Das ist eine richtig hübsche. Eine richtig hübsche. Ja. Da gehen wir nächstes Mal dran, ne? Und wie gesagt. Hier werden wir dann auch einmal sauber machen. Und dann neu versorgen. So. Wie sieht das jetzt bei der Monstera aus? Bei der Albo Variata? Ja. Das neue Blatt sieht gut aus. Hat zwar noch keine Schlitze. Ähm. Ja. Aber ist soweit okay. Da ist ein ganz kleiner brauner Fleck. Aber der ist schon längere Zeit da. Und dann gucken wir mal, wie die Werte aussehen. Hier im Zeolit. Wir wissen ja schon, das ist der Pervet unter 7. Ich habe hier einige Male mit Leitungswasser gegossen. Ähm. Ja. Und auch die Oberfläche eingesprüht zwischendurch mit reinem Wasser. Ähm. Einfach um sie sauber zu halten. Zum anderen auch, damit die Feuchtigkeit bis oben hingegeben ist. Und die Thematik kennen wir ja schon. Bei dem groben Substrat. Und so sieht das aus. Pervet 7,6. Mikrosiemenswert. Genau. Ist er jetzt ausgegangen? Nein. Ich drücke mal auf Hold. Ist bei 1065. Ja, ist okay. Also ist jetzt nicht dramatisch. Aber wir kriegen also auch im Zeolit den Pervet hoch mit Leitungswasser. Das ist also nicht das große Problem. Aber wir müssen erst noch lernen, wie wir sie ja halt weiter versorgen im Zeolit. Wie gesagt, das ist eine Pflanze, die halt viel Kalk braucht. Und es gibt ja Pflanzen, die wenig Kalk brauchen. Dafür ist das Zeolit wahrscheinlich besser. Wahrscheinlich wohlgemerkt. Denn nach wie vor das Ganze im Test nicht vergessen. Aber hier haben wir halt mit Leitungswasser nachgeholfen. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Aber scheinbar darf man es auch nicht übertreiben. So, jetzt steht aber allerdings einiges. Ein bisschen Wasser steht da unten noch drin. Ja, genau. In dem Zuge werde ich einfach mal ein bisschen reines Wasser schon mal. Da habe ich noch eine Fütze drin. Genau. Einfach mal ein bisschen reines Wasser hier beigießen. So, dann ist es okay. Dass da nicht großartig was passieren kann. Aber da muss ich mich auch selber noch darauf einstellen, wie das in der Versorgung dann dementsprechend ist mit dem Zeolit und den kalkzehrenden Pflanzen. Und das sieht ja hier aus, bei denen die lieber per Arbeit um sechs mögen. In dem Zuge könnte ich auch mal kurz kontrollieren bei der Papaya. Genau. Weil die macht sich auch prächtig, die neuen Blätter. Ich hoffe, man kann sie sehen. Ich bin nämlich gerade, der Bildschirm ist gerade verdeckt. Ja, die wachsen tatsächlich. Die werden auch so größer. So, das scheint also ganz gut schon mal zu funktionieren. Bis dato. Und von daher checke ich da auch mal ganz kurz. Ist schon krass, die Alokasia. Die Sabrina. Ja, die Gruppe, wie die sich macht. Schon cool. Ewigkeiten nicht nachgemessen. Ich gieße mal so, mal so und mal so. So nach Gefühl. Ist so. Ist so. So, also, wir kommen nochmal zum Zeolit. Also Papaya und Zeolit, wie das jetzt aussieht. Wurde überwiegend mit reinem Wasser gegossen. Ab und zu mal die schwache Variante. Also ein Viertel Leitungswasser. Oder aber hier eben aufgedüngtes Osmosewasser. So, pH ist 5,2. Also, auf jeden Fall kriegen wir den pH-Wert ganz schnell hier runter im Zeolit, wie wir sehen. Das klappt genialst. Mal kurz die eine Wurzel angesehen, die da unten ist. Schön dick geworden auch tatsächlich. Ja, allerdings, klar. Also, das ist jetzt schon grenzwertig. Also tiefer sollte man nicht gehen mit dem, mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme, mit dem pH-Wert. Das wäre nicht so gut. Mikro Siemens ist 560. Das ist okay. Hier ist noch altes Substrat mit, vom Umtopfen. Also, das ist soweit okay. Allerdings, wie gesagt, 5,2 ist dann doch ein bisschen wenig. Das heißt, wir nehmen einmal die Leitungswassergießkanne und gießen mal einen Schluck Leitungswasser rein. So, okay. Denn ganz ohne Kalk wächst nichts. Das dürfen wir nicht vergessen. Und den Nebenzug, würde ich sagen, gehe ich jetzt dazu über, ihn also kontinuierlich mit der schwachen Variante zu gießen. Also mit einem Viertel Leitungswasser. Ja, wie mein Daumen. Ich denke mal, dann könnte das auf Dauer gut funktionieren mit dem Zeolit. Ich meine, der Pflanze geht es nach wie vor gut. Also, da gibt es jetzt nichts irgendwie zu meckern. Von daher, ja, lass uns überraschen. Wie gesagt, ist alles noch Experiment. Müssen wir mal gucken. Genauso wie der Chat, steht ja auch im Zeolit jetzt hier, unser Kakaobaum. Auch da müssen wir abwarten. Es ist nun mal so. Und vor allen Dingen jetzt gerade in der Anfangszeit Experimentierphase ist natürlich das Messen, das A und O. Das ist ganz klar. Alles andere dann später. So. Ich muss einmal kurz nach oben, nach den Garnelen gucken. Wie die Temperatur im Wasser aussieht bei den Garnelen. Weil die müssen erstmal angepasst werden an die Temperatur, bevor ich die ans Wasser anpasse. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal kurz wieder. Eins machen wir jetzt noch, und zwar die Alucasia jacqueline. Weil das würde mich doch interessieren, weil die Pflanze gerade so gut herausgewachsen ist mit ihren Blättchen. Wie dort die Werte aussehen. Ich habe jetzt gegossen, vorhin mit Osmosowasser aufgedüngt, mit einem Milliliter von dem HPI-Dünger auf einen Liter. Und habe das zweimal durchlaufen lassen. Also raus, rein, raus, rein. Und dann gucken wir jetzt die Werte an, wie die aussehen. Weil das wäre doch ganz schön, wenn das Schätzchen auch so Bestand bleiben würde. Wie schaut es denn jetzt aus? Die ist wirklich wunderschön, muss ich sagen. Richtig herrlich. Damals so die ersten Male, als sie Blätter entwickelt hat, dachte ich immer, das Helle, das wäre Nährstoffmangel. Ist es aber nicht. Das ist tatsächlich arttypisch für das Blatt. Also das ist schon fantastisch anzusehen. Ja, also richtig klasse. Und dann gucken wir uns in dem Zuge jetzt auch mal die Werte an. Hier müssen wir immer kontrollieren auf Spinnenbild. Das ist ganz wichtig. Und die erkennst du hier in diesen Achseln, Blattachseln in dem Sinne. Wenn dort ein Spinnennetz auftritt, dann weißt du ganz genau, ups, da sind Spinnmilben. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Und das war auch so, ja, das, was die Pflanze mehr oder weniger dahin gerafft hatte damals. Aber wir haben sie wieder zugange bekommen. Das ist natürlich ganz schön, ne? So, wie sieht es aus? Kriegen wir das so hin? Ja, kriegen wir. Ja, 6,5. Ja, das 6,6 kannst du sagen. Ist okay. Also Klartext. Nächstes Mal. Moment, wo habe ich denn jetzt den? Den, ähm... Genau. Das Micro-Siemens-Messgerät so einmal einschalten. Und dann gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. Wäre ja ganz schön. Wir sind bei 300. Lol. Äh, gehst du mal bitte ganz rein. Dankeschön. So, wir sind bei 600. 680. Also knapp 700. Na, also ich würde sagen, das nächste Mal. Können wir doch mal gucken. Vielleicht pendelt er sich ja doch noch ein bisschen ein. Ja, ist so. Knapp bei 6,6. Also nächstes Mal gieße ich nur mit reinem Wasser ohne Nährstoffe, weil das ist soweit erstmal okay, würde ich sagen. Ja, ist doch schön. Wenn es dann mal richtig funzt, ne. Also, ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir die nochmal richtig zu Gange bringen. Aber was soll's. Wir haben es tatsächlich hinbekommen. Und die ist wirklich wunderschön, die Jacqueline. Okay. Und was machen wir als nächstes? Ich weiß es noch nicht genau, bin ich ganz ehrlich. Ja doch, wir müssen noch ein paar Pflanzen versorgen, auf jeden Fall. Ich glaube, die Exoten und vor allen Dingen auch die Neuzugänge vom... Genau, weiß Bescheid, ne. Meine Güte. Weg ist er. So ist das. Pascal war das, ne. Genau. Denn die sollten wir jetzt langsam versorgen. Aber die eine Alokasie, die sieht schon Hammer aus, ne. Genau, Pascal war das, richtig. Pascal und Frank. Von den beiden haben wir jetzt noch Pflanzen hier on board, die wir hier im Dschungel versorgen. Und dementsprechend einpflanzen und auch weiter in dem Sinne beobachten gemeinsam. So, meine Lieben, das reicht für heute, denn ich muss mich jetzt einmal nochmal schnell um die Garnelen kümmern. Wir sind jetzt bei Temperatur 15,5 von 12 auf 15,5. Ja, das ist schon mal ganz gut, ist aber noch nicht okay. Ich werde noch eine Stunde warten ungefähr, kontrolliere das dann nochmal, wenn ich so bei 17, 18 Grad bin in dem Wasser. Dann werde ich sie umsetzen in einen Behälter und schluck von dem Wasser, wo sie später reinkommen in das Becken, da dazugeben und dann lasse ich sie heute Abend in Ruhe. Also, die müssen wir ganz langsam eingewöhnen, also nicht mit Tropftechnik oder so, kannst knicken. Sondern wir machen das ordentlich, vernünftig und wie wir das machen, das zeige ich euch dann auch. Und das ist also in der Thematik Aquaristik, richtig coole Sache. Das macht so viel Spaß, gerade wenn es draußen dunkel ist. Genauso wie hier drin auch mit den exotischen und mit den tropischen Pflanzen im Sinne, ne. Zimmerpflanzen, das ist eine coole Sache. Also, das macht viel Spaß. So, laber, palaber, palim, palim. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, genau. Und wenn alles klappt, ne, verrate ich noch nicht. Ah, es gibt immer ganz tolle, ja, Erlebnisse im Moment. Also, es ist schon klasse. Das macht also mega viel Spaß, auch was man für Leute kennenlernt. Also, Menschen in dem Sinne, ne. Mit ihren Hobbys. Richtig klasse. So, okay, ich würde sagen, dann haben wir heute mehr als genug gesehen. Ne, das ist zu grelle, würde ich sagen. Aber mit der kleinen Lampe, das ist schon eine coole Sache. Da kann man so ein bisschen spielen. Das ist auch nicht so verkehrt. Mal so nebenbei. Okay.